Sie wollen es ja wirklich gehen, Herr Leopold. Ich werde gegangen. Ja, ja. Also was meinst du, ein dummer Bub? Weil ich mich mit Ihnen so gut verstanden habe. Nicht ein einziges Kopfstieg, glaube ich, von Ihnen kriege ich die ganze Zeit. Also damit dir der Abschied leichter wird. Und jetzt pass auf, du, was ich dir sage. Das ist mein letzter Wille, sozusagen. Ja. Nie. Nie. Und wenn einer ans Glas klopft, dann sagst du, bitte sehr, bitte gleich, das ist nicht mein Revier. Kollege, kommt gleich. Ja, Herr Leopold. Und beim Rechnungzahlen, da hältst du den Zettel immer so hoch, dass dir der Gast nicht hineinsehen kann. Sonst kannst du ja nicht Irren beim addieren. Und wenn du dich irrst. Nie, zu meinem Nachteil. Das weiß ich schon. Jawohl. Was ist denn das? Das ist das Personal, das singt Ihnen ein Abschiedslied. Woher wissen die denn? Das weiß doch ganz Sankt Wolfgang. Das ist das Personal, das singt Ihnen ein Abschiedslied. Heutzutage steht ja nichts, wer ist auf seinem Platz. Mir war gut, und mir war doch manchmal böse. Bring mal was zum Winken. Wo du fortgehst, ist doch alles, was dir sagt. Für die Gurt, sagt man frei, aus einander gehen. Solche Zeiten, wie was hat denn, wer war denn, wer ist denn? Für die Gurt. Für die Gurt. Lieber Mann. Lieber Mann. Wann's dem Glück begegnest, halt es an. Für die Gurt. Für die Gurt. Lieber Mann. Lieber Mann. Wann's dem Glück begegnest, halt es an. Halt es an. Für die Gurt. Für die Gurt. Was weint's denn, was weint's denn? Ich wein, sie weinen ja. Sie wein, haha, ich loch ja.